Okay, Ente, let's go! Lass auf den besten Software der Welt gehen, iostein.de, zack, ich join drauf. Ja, aber let's go! Und lass wieder zu City Build gehen, denn ich hab voll die nice Challenge-Idee, let's go! So, bin da! Ich geh zu meinem Grundstück, Peer Alphastein. Denn Ente, heute will ich sechs Wege machen, um Spieler zu täuschen in Minecraft. Oha! Und ich hab das schon richtig krass gesehen, du kannst jetzt auf dein Grundstück gehen, ich baue hier ein Game Out. Es wird richtig heftig. Dich? Alphastein, schau mal, was jemand da gebaut hat. Oha, wie geil ist das denn? Ich trete einfach auf deinem Kopf, wie gut ist das denn? Nein, das ist gar nicht cool, hey! Viel zu nice! So, Ente, ich fang anzubauen, geh zu deinem Grundstück, es geht los! Ich hab mir schon einen richtig guten Weg überlegt, okay, let's go! Ich nehme meinen Lieblingsblock, den Steinblock. Ente, du kannst richtig krass machen, wie du willst, ich will sechs richtig heftige Wege machen auf jeden Fall. So, ich fang schon mal an, zack! Nice! Ich glaube, ich mache so einen Steintunnel hin, so, hab den so gut wie fertig. Und dann wirst du gleich sehen, Ente, wenn du hier gleich reingehst, was dich hier erwarten wird. Ich muss doch überlegen, was ich mache! So, bei mir ist jetzt hier der Eingang, überlebt ihr das auf jeden Fall ganz gut, brauchst sechs Wege, Ente. Mit dem ersten werde ich schon sofort hier vorne anfangen, der wird richtig heftig. Und zwar mache ich jetzt hier den Block hin, so, ich glaube, den sieht man überhaupt nicht so gut. Dann muss hier drunter, ähm, was anderes sein. Hehehe, ähm, was wird auf jeden Fall, ähm, sag ich nicht. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut, Leute, so. So, ist eigentlich so eine Standard-Minecraft-Treu. So sieht's dann hier aus, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Schutz, damit dir nichts kaputt geht. Und zack, jetzt sieht sie schon richtig sicher aus. So, das erste ist fertig, Ente. Und ich glaube, das erste wirst du allein schon nicht mehr überleben. Wir werden sehen. Oh, wir müssen Spiele auf dem Grundstück, auf mich laufen die nicht in meine Falle rein. Oh, Ente, dann müssen wir die kurz, äh, wegkriegen. Moment. So, sind die jetzt immer noch auf dem Grundstück oder nicht mehr? Ich glaube, ich hab die gerade weggemacht. Nein, die sind alle weg, glaube ich. Okay, nice. So, hier wird's schon mal richtig gut. Und hier soll's auch natürlich einen richtigen Weg geben, deswegen werde ich hier auch ein paar markieren. Und Ente, der, der am besten überlebt, die ganzen Attacken gleich und so, der wird eine Million in City-Bild kriegen. Oh, super. Aber das wird viel zu nice. So, ich glaube, bei mir hat man hier eine Chance, oder? Oh, ich will's gar nicht selber probieren. Dann muss man da hin. Oh, oh, das ist, glaube ich, viel zu schwer. Muss noch ein bisschen einfacher machen für dich. So sieht's schon ein bisschen sicherer aus. So, und dann hier rüber. Zack, zack. Und meine erste Enttäuschung ist schon fast fertig. Nice. Meine auch mal. Let's go. So, dann kann sie sofort weitergehen, würde ich sagen. Ich mache einen neuen Raum hin. Und der wird, glaube ich, richtig krass. So, hier kommt erst mal eine Tür hin. Let's go. Und jetzt brauche ich was ganz Bestimmtes. Und zwar das hier. Leute, das hier ist richtig nice. Es sieht zwar normal aus, aber... Guckt mal, was hier passiert. Okay, Leute, es klappt auf jeden Fall hier auf dem Server. Perfekt. Jetzt muss ich das nur irgendwie ganz nach oben kriegen. Hier dahin auf jeden Fall. Das können wir, glaube ich, ganz locker tun. Ich muss so kurz klappen, ob es funktioniert. Okay, Leute, bis jetzt klappt's. Nice. Jetzt muss es hier noch ganz nach oben gebracht werden. Ist nicht so ein weiter Weg. Geht ganz schnell. Entweilend bist aber du schon. Ich bin schon mega weit. Ich bin gleich erst mit dem zweiten fertig. Oh, warte, ich hab mich mal immer noch am Ersten. Ich dachte, wir bauen jetzt ein... Musst du immer noch am Ersten, also... Ja. Ich muss kurz gucken, ob es klappt. Und geht die Lampen an. Jetzt brauche ich mein zweites. Oh, oh. Okay, Leute, bis jetzt funktioniert's. Schau mal, was ich hier vorhabe. Und jetzt... Bin so gespannt, ob du das überleben wirst. Ich glaube, das wird richtig schwer für dich. Oh, glaubst du echt? Meins wird auch schwer, Alpha. Wie meins. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das hier muss hier hin. So, dann zack. Und jetzt legen wir das da rein. Und jetzt bin ich gespannt, Leute, ob es funktioniert. Komm schon, es muss klappen. Und es kommt schon. Ja, es klappt. Okay, krass. Ente, ich werde dich so besiegen. Du wirst schon sehen. Du wirst sehen, Alpha. Ich mache richtig gemeine Sachen hin. So. Ich kann dir echt nicht garantieren, dass du überlebst, Ente. Ich dir auch nicht. Also. Jetzt mache ich hier die Sachen rein, Leute. Ihr seht es gerade. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal testen. So. Hoffentlich funktioniert das. Und let's go. Komm schon. Und. Oha. Also. Wie heftig. Hä? Hat das geklappt? Oder was? Du wirst sowas von verlieren, Ente. Das viel zu OP. Hätte ich nicht gedacht. Oha. Werd ich nicht, Alpha. Wir werden ja gleich sehen. Ich bin gespannt. Und ich würde sagen, man könnte ja auch sogar schon Weg Nummer vier, äh, drei auch mit reinmachen. Deswegen musst du auf jeden Fall die Augen offen halten, Ente. Fertig. Werden wir sehen. So. Erstmal so. Das funktioniert schon mal nice. Ja, Leute. Ihr seht es. Es klappt. Und jetzt habe ich das hier dran gemacht, Leute, weil, guck mal, wenn man jetzt von hier kommt, dann erkennt man gar nichts. Oha. Das ist richtig schlau, glaube ich. Und man hat gar keine Wahl. Deswegen müssen wir jetzt was richtig heftiges reinmachen. Und ich bin schon bei zwei. Also, okay. Ich bin schon beim dritten Ende. Oha. Warte. Das dritte muss ich mir jetzt ausdenken. Dann viel Glück dabei. Ich will noch einmal was testen. Funktioniert das? Ich muss mal gucken. Nein. Okay. Leider nicht. So, Leute. Einmal habe ich das hier jetzt. Jetzt muss ich gucken, ob das funktioniert. Ja. Super. Und auf der Seite. Das ist ein lustiger D-Alpha. Was für eine Idee? Die verrate ich dir nicht. Warum nicht? Wir sind doch Kumpel. Nein. Die ist doch geheim. Ja. Okay. So. Komm schon. Warum klaut das nicht? Nein. Was läuft hier schief? Ja. Es funktioniert. Okay. Alles gut. So. Hier kriegst du deine erste Belohnung, würde ich sagen. So. Die ersten drei habe ich jetzt fertig. Aber ich glaube, die hier zu überleben wird schon schwer genug. Dann geht es hier weiter, würde ich sagen. In den nächsten Raum. Hey. Ich habe auch schon drei Fertig-Alpha oder fast fertig. Nice. Dann können wir gleich schon anfangen. So. Der nächste Raum steht. Und ich glaube, hier hätte ich auch wieder eine richtig gute Idee, was man hier machen kann. Und zwar nehme ich das hier. Komm schon. Das muss auf dem Server funktionieren. Bitte. Aber ich denke, es klappt eigentlich. Ja. Es funktioniert perfekt. Was hast du vor? Du wirst gleich sehen. Dann baue ich hier sowas hin, Leute. Let's go. Und jetzt will ich noch testen, ob das hier funktioniert. Ja. Es funktioniert nice. Oh nein, ich weiß nicht, was du vor hast. Viel zu viel, Ende. So. Mal gucken. Ich habe jetzt was richtig Gutes gefunden. Oh. Ich bin mal gespannt, Alpha. Mal gucken, ob du darauf reinfallen wirst. Weil, Leute, wenn man hier Pech hat, guck mal, was passiert. Dann passiert nämlich das hier uns. Oh. Oh. Ich kann nicht mehr weiter. Deswegen brauchen wir dann hier noch einen Kumpel, der uns hier weiterhilft. So. Den mache ich hier schnell hin. So. Hier ist er. Oh. Oh. Ich habe echt eine lustige Idee. Was, Mann. Wir werden die gleich auf jeden Fall alle sehen. So. Wirst du hier weiterkommen oder nicht? Das frage ich mich gerade. Oh. Das ist richtig schwer. So. Muss man hier durch. Dann hier wieder heimlich was platzieren. So. Mal gucken, ob du das wieder sehen wirst. Und falls nicht, dann wäre es dann, glaube ich, am Ende. Weil ich mache gerade etwas richtig Krasses. Das kennst du eigentlich schon aus dem letzten Video von mir. Aber egal. Ich will kurz erst mal gucken, ob das klappt. So. Und zack. Ja. Es funktioniert perfekt. Wir brauchen sechs Stück, oder? Ja. Wir sind fast fertig. So. Ich bin ja immer fünf schon fertig. Ich glaube, ich habe hier schon zwei weitere. Ich glaube, das zählt auch schon zum fünften. So. Und damit man da lang gehen will, muss ich da noch was hinmachen, Leute. Und das wird dann, glaube ich, schon die letzte Enttäuschung. Ende. Ich glaube, ich habe es gleich geschafft. Du hast es gleich geschafft. Nein. So. Und das auch noch hier rein. Oh. Oh. Ich glaube, das ist viel zu OP. Aber ich bin fertig. Oh, Kind. Ich bin bei dir. Okay. Let's go einfach. Wo muss ich anfangen? So. Warte. Wir fangen. Ja. Aber warte ganz kurz. Ich muss das kurz präparieren. Okay. Okay. Du kannst durchgehen. Let's go. Hier steht eins. Okay. Hier wird die erste Enttäuschung sein, oder was? Ende. Ich kenne diese Fische. Warte rein. Welche Fische? Greifen die nicht an, die da vorne? Machen die nicht Gift? Oh. Doch. Die greifen an. Ich muss jetzt schnell durchlaufen. Das war die erste Enttäuschung, oder was? Schnell weg hier. Ja. Genau. Hey. Ich bin so schnell durch. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Halt auf. Ich bin fast draufgegangen, Ente. Ja. Ist doch gut. Okay. Hier ist jetzt das zweite, oder was? Die zweite Enttäuschung. Voll Bier. Okay. Diesmal ganz voll. Ich darf nicht so schnell machen. Warte. Ich muss kurz essen. So. Let's go. Jetzt kann ich hier hochgehen. Ich bin bereit. Was wird mich hier erwarten? Wo ist die Täuschung, Leute? Ich muss genau hingucken. Die Täuschung? Hä? Wo ist hier die Täuschung, Ente? Ja. Die Täuschung besteht aus einem Jump and Run. Nein. Warte mal. Hier sind unsichtbare Blöcke. Eins auf. Oh. Hier sind immer vier unsichtbare. Ja. Das sehe ich gerade. Oh. Und wo jetzt? Warte mal. Da vorne sehe ich. Geht's weiter. Oh. Ich bin fast runtergefallen. Warte. Ich springe hinterher. Okay. Und jetzt bin ich hier. So. Nein. Nein. Da muss ich nicht lang, Ente. Ich muss hier lang. Ah. Du bist nicht drauf reingefallen. Du kannst mich nicht anlügen, Ente. So. Zack. Hier durch. Und dann hier hoch, oder? Hier. Es geht. Habe ich es geschafft? Ja. Du hast es geschafft. Tatsächlich. Okay. Wo ist das dritte? Ich bin bereit. Nummero drei ist hier. Okay. Ach. Sieht das in ihr bitte aus? Was muss ich hier machen? So. Warte. Muss ich hier runter? Okay. Let's go. Ich geh runter. Komm schon. Oh. 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 Ich kann nicht viel atmen, oder was? Ente. Hier ist echt keine Luft. Oh nein. Wie schau ich das? Du musst hier weiter. Ganz, ganz schnell. Du gehst hier weiter. Hier runter. Ente. Du bist weg. So. Hier lang, glaube ich. Ja. Habe ich es überlebt? Du hast es geschafft. Ja. Nice, Mann. Wo ist Nummer vier? Nummer vier befindet sich hier. Das hat sich gereinigt. Okay. Wo? Ähm. Hier. Okay. Darf ich reingehen? Du hast überlebt, ist Labyrinth. So. Ich guck mal. Hä? Was geht denn hier ab? Was ist das? Oh. Guck. Hier wäre ich was runtergefallen. Nein. Ähm. Wird alles gut. Ich lebe noch. Ey. Hey. Ich konnte nicht fliegen. So. Oha. Richtig gut gemacht. Und was? Da vorne. Das war. Hä? Ich wollte. Wir haben schon wieder Gift bekommen. Ey. Wie krass ist das? Selte. Ist ja auch voll die Täuschung. Nein. Das war der falsche Weg. Ja. Das war der falsche Weg. Du hast meinen Trick benutzt vom letzten Video da. Wo ich diese Trolls gezeigt habe mit dem Kugelfisch. Oha. Das ist richtig gemein. Es sieht einfach ganz normal aus. Aber dann kriegt man Gift. Okay. Viel zu nice. Hier ist eine Kiste. Ich glaube ich hast es geschafft. Ja. Du hast es tatsächlich geschafft. Hä? Und hier ist ein Deer drin. Nice, Mann. Das war Nummer 4. Okay. Nummer 5 ist hier. Let's go. Einfach nur jump on. Oder was? Easy. Okay. Bis jetzt habe ich einmal gefällt, oder? Eben wo ich darunter gefallen bin. Ich hoffe du wirst öfters failen. Sonst habe ich verloren. So komm schon. Einfach nur jump and run, oder was? Das muss man genau hingucken. Oh. Oh. Alles gut. Endlich lebt noch. Ja. Einfach nur jump and run, oder? Alles gut. Ich habe es gleich geschafft, Kumpel. Ich bin schon fast ganz oben. Hä? Was muss ich denn hier jetzt machen? Oha. Wie gemeint ist das denn? Ja. Oh oh. Vielleicht habe ich... Oh. Der Sprung ist richtig schwer. Mal gucken. Zack. Oh. Hä? Jetzt hast du eine Leiter hingemacht, oder was? Danke. Let's go. Ja. Let's go. Und was ist da jetzt bitte? Oh. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Wo ist die Täuschung? Darf ich die Kiste öffnen, oder nicht? Da steht MLG. Hä? Ja. Du musst hier voran. Du musst deine MLG da runter machen. Oh oh. Dann muss ich hier runter gehen. Okay. Und wo muss ich landen, Ente? Let's go. Runter mit dir. 3, 2, 1. Let's go. Komm schon. Ich muss es schaffen. Und ich habe es geschafft. Das ist bestanden. Die Täuschung war eigentlich nicht, dass man einfach da runter springt und dann hier landet, wo man kein Wasser platzieren kann. Ach. Das wäre die Täuschung gewesen. Nein, nein, nein. Ich wusste, ich kann nur hier Wasser platzieren. Jetzt kommt mein letztes. Okay. Und zwar nimmst du den Bogen und einen Pfeil raus und du musst wählen. Oh oh. Einen von den drei, oder was? Ja. Okay. Dann schieße ich einfach in die Mitte. Let's go. Und das war ein Fail. Und was jetzt? Wenn du jetzt Zombie-Fleisch bekommst, das bringt dir gar nichts. He he he. Ähm. Da mache ich das nächste auf. Let's go. Und jetzt hast du ein Tier bekommen. Komm schon. So, ey. Ente, bist du bereit für meins? Wow. Wo bin ich denn geladen? Oha. So, ich bin schon bei Game on 3. Und du kannst jetzt anfangen. Ich guck dir zu. Du musst hier durchgehen. Wie geht's los? Pass auf, du siehst. Die goldenen Druckplatten. Die sind ganz wichtig, Ente. Ich weiß nicht. Darf ich da vielleicht drauf springen? Aber vielleicht ist das die Täuschung, dass ich denke, ich gucke auf die goldenen. Ja, kann sein. Vielleicht ist es andersrum. Vielleicht sind die goldenen fallen und die anderen nicht. Nein. 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 Die goldenen werden richtig gewesen. Okay, weiter geht's, Kumpel. Mach weiter. Jetzt geh auf die goldenen drauf. Auf die goldenen bist du sicher. Dass die goldenplatten nicht die treuplatten sind oder so. Ich habe falsch rum gedacht. Ja. Das war die Täuschung. Genau. So, Ente, du hast fast geschafft. Weiter geht's. Jetzt bin ich gespannt. Hey. Hey, du hast ihn abgebaut. Hey. Du brauchst es gar nicht abbauen hier. Aber egal. Du bist eh drauf getreten. Alles gut. Oh, jetzt sind Instant Damage 2. Trinkau. Ja, du bist schon wieder drauf getreten. Nice, Mann. Guck mal, was steht auf dem Schild, Ente. Ja, Mann. Umsoz. Warte, warte. Nein, nein. Die mache ich nicht auf. Hey, warum nicht? Ente, wach. Nein. Ja. Komm schon. Nein. Du bist ja voll schlau. Wieso habe ich den Block dann? Nein. Du bist ja jetzt drauf gegangen und hast dich so gerettet. Du hast ja nicht Splash Damage bekommen. Du hättest das überhaupt nicht überlebt, Ente. Du kriegst den durchgehenden Schaden bei diesem Trank hier. Richtig OP. Schade. So, da vorne geht es jetzt weiter. Okay. Let's go. Ich kann da nicht steigen. Ich bekomme da fett Schaden. Ente, es gibt nur den Weg. Deswegen, Ente. Pass auf. Ja, aber du kannst das überleben. Alles gut, Ente. Da wird nichts passieren. So, let's go. Du kriegst ein bisschen Schaden, aber wer auch nicht. So, weiter geht's. Komm schon. Nein, du bist da nicht runtergefallen oder was? Das darf nicht wahr sein. Da vorne ist ein Diamant, aber ich glaube, das ist ein Trick. Nein, Ente, das ist der richtige Weg. Vertrau mir. Warum gehst du den Weg? Ente. Denn hier ist eine Leiter. Und hier muss ich dann auf die Leiter. Nein, du hast den richtigen Weg genommen. Aber wieso hast du auch kaum Schaden bekommen? Was soll das? Ich hab gar keinen Schaden bekommen. Wieso? Weil ich schlau bin. Aber warte, ich hab Schaden bekommen, oder? Ja, ich krieg Schaden. Was soll das? Und guck mal, Ente, was passiert. Dann wärst du hier langgegangen. Hier den schnellen Weg. Einmal. Hättest du hier Schaden bekommen. Dann noch den Pumpkin und dann... Ah, den anderen Weg hättest du gar nicht überlebt. Glück hab ich den richtigen Weg genommen. Ja, aber, aber, Leute. Lasst, like, den lasten Abonnenten vorbei. Und dann würde ich sagen, Tschö. Ciao.